hi leute was geht ab ich eine neue zeit ist willkommen zu einem neuen video auf meinem kanal wir machen eine neue karriere das war auch so abgesprochen die schalke karriere ja die schalke ja die 104 karriere ich glaube manche haben sich ja auch macht schalke also ich denke manche haben sich auch mal gewünscht eine schalke karriere ich meine schalke karriere machen wir gehen in den anzug ja wir sind ja eigentlich in der euro die oder ja schalke war letztlich nicht in der euro league qualifiziert also ja schade 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 wir haben nicht in der euro die aktualisierung also was ich habe in den kommentaren ob ihr mehr von der schalke karriere sehen wollte weil ich habe mega bock auf schalke es ist jetzt nicht so schalke mein herz ist aber schalke schon mein liebster verein nein mein viert liebster weil also ich sag euch mal die vereine die ich liebe so der erste verein ist borussia mönchengladbach der zweite fc bayern der dritte rw leipzig der vierte schalke ja und ihr könnt in die kommentare schreiben soll ich auch eine dortmund karriere machen aber die kommt dann auf meinem gaming kanal also auf zeit gaming ja check aber ich hatte ich dort eine also eigentlich hatte ich da eine idee eine leverkusen karriere zu machen und das mache ich auch weil leverkusen ist auch baby mit vollland schon gut oder halt mit dort und ihr könnt selber in die kommentare schreiben dort und oder leverkusen dort und könnte ich nehmen aber ich bin nicht so sicher soll ich jetzt dort und nehmen oder leverkusen würde mich auf jeden fall für würde mich auf jeden verfreuen wenn ihr eure meinungen schreibt ist nur hier youtube so glückwunschzeit erst einladungen wir gehen mal in dieses turnier ich hoffe ich kriege jetzt nicht die extremen schweren gegner ansonsten muss ich im finale schau es sind die extrem schweren klubs also auf jeden fall erstmal brauche ich auf jeden fall hatte ich selber schon die idee eine schalke karriere zu machen schalke macht bock schalke liegt in meinem herrschen jetzt nicht extrem aber schalke schon verein in mir gefällt hat und dann noch da gibt es so ein bikini in so ein ich habe das geräusch und Prozent von links ich bin in der indienverteidigung also auf jeden fall wird das unsere aufstellung sein ich habe jetzt nicht echt habe ich das rumgespuckt nicht dein ernst ich bin in der wunderschöne ich bin in der wunderschöne was ist das für ein behinderter verrückter ich weiß alles ist genug was ok oder solle amina harit ich denke schon ich bin in der wunderschöne sagt sagt ich bin in der wunderschöne ich bin in der wunderschöne lieber dann da auf morgen ja ja das gefällt mir nicht schweinig im Sturm habe ich echt zu viele Stürmer und und ich habe den Bad den Bad dem Bad war Dankeschön Dankeschön meine Fans Dankeschön habe ich das gerade nicht getan ne also ich denke hier schon Leute wartet kurz was passiert da was passiert da wow wow ja wow ich stelle mich gleich auf online bei der Playsy weil ich habe mich offline gestellt weil ja auf jeden Fall brauche ich brauche ich auf jeden Fall brauche ich einen Mittelfeldspieler und dann noch einen Rechtsverteidiger und die beiden Spiele habe ich erstmal Trent Alexander Arnold und dann Fred ihr denkt was ist wer ist Fred Fügelhorn nein Spaß es gibt so ein Fußballtalent es heißt Fred ich guck mal der müsste normalerweise bei ok was habe ich da gerade gedrückt Fred so es 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 ist ein Ausnahmetalent ja es ist eigentlich ein Riesentalent ne ja eigentlich ist ja genau erstmal auf meine Uhr sitzen spieler tauschen spieler tauschen nicht äh sag mal so 23 millionen was habe ich denn jetzt getan oh ich muss ehrlich mal gucken welche Mittelfeldspieler ich kaufe ich weiß nicht auf Fred genau klappt ich muss erstmal schaffeln 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 ja muss erstmal gucken ja zurücksetzen Alexander Arnold ich glaube trennt ich glaube ich kenne auch ein Mittelfeldspieler von Liverpool trennt äh Trennt Alexander Arnold der ist ja für Mittelfeld naja das ist lächerlich gemacht ne aber aber Klopp hat doch eigentlich noch bessere Waffen also Liverpool ja den hier Emre Can ich weiß jetzt nicht ob der jetzt riesen viel Geld kostet aber ich denke wir machen so mal erstmal bei ihm hier neun Millionen wir treffen uns mit Jürgen Klopp Jürgen was machst du denn da warum mal keine Scheiße so neun Millionen ja ich glaube das hat das war schon beim letzten Mal auch so äh ich wollte irgendwie Trend Alexander das war eine private Karriere wollte ich Trend Alexander Arnold holen Rotation 5 Jahre dann bleibt ist er 23 Jahre alt wenn er hier bleibt 18 20 wenn wenn die das nicht annehmen das ist echt lächerlich ja ok ich geh nach Hause tschüss ich bin eigentlich schon zu Hause macht keinen Sinn tschüss 30 ein einained Brauch nicht 900 5 0 4 3 1 zum 1 wins Weil aber soll ich jetzt fred oder chan holen chan bester mann mit am stadt westermann ich glaube da habe ich direkt mal so ich hau ja bau angebote raus digga ja wichtig am rachan ist ein spieler der vorne oder hinter spiel das ist ja zumindest 28 jahre ist keine freigabesumme geht ja gar nicht 40 geht ja gar nicht aber ich nehme es an einfach annehmen einfach annehmen ohne stress einfach annehmen topspieler verpflichtet das ist doch kein topspieler topspieler sind die muckis haben was war ich da eigentlich ist so was wir wollen die dä armini harry und ich höre damit ich kann mit diesem verrückt sein irgendwie nicht aufhören aber jetzt so die die ich jetzt verkaufen möchte sind nübel den kann man auf die leihliste setzen und dann jetzt habe ich dich alles klar junge martin antwong ist mein hey dann nennen 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 martin antwong martin antwong grant ja firm ja 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 m arg görbe martin antwong martin antwong geris man das gefällt jeden martin antwong es maturity machen das Leben Jeden Menschen. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Baby, I feel like this. Ah. Mein Fuß tut voll weh. Au. Hör mal auf. Du kleiner Faulpelz. Aua. Na, 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 na. Ah. Ah. I can fly. Baby, I feel like this. I feel like this. I can fly. I can touch the sky. I can fly. I can touch the sky. Danke schön. Danke schön. Ja, ich bin einer der Profi. Okay. So, und dann wechseln wir nochmal Naldo. Für Aua. Nö, 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 nö. Da kommt Goretzka, Goretzka, Goretzka. Ja, das ist richtig. Das ist richtig. Jeder Mensch weiß es. Ja, okay. Hier die erste Transfer, die so richtig sind. Sind die hier. So, erst mal Mbolo. Bril Mbolo. Bester Stürmer der Welt. So, jetzt verliere ich meinen Ball. Guck, guck, guck. So. Piaccia ist klar. Marco Piaccia. Ich glaube, der ist nur geliehen. Ich weiß es nicht. Und dann. Alessandro. Schöp. Schöp. Ich komm gleich wieder ab. Bin wieder da. Ja. Ohne euch. Ohne mir könnt ihr irgendwie nicht, ne? Wie gesagt, meine Fans. Na aneinander. Boah, Junge. Ich dachte gerade. Was bleiben? So, so, so. Apo red. Was heißt das? Ich kann fliegen. Ich kann die Leute anfangen. Bin wirklich, n***a? Bin wirklich, n***a? Ja, 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 ja. Bang! Bang! Bang, bang! Joshua, bitte. Auf jeden Fall nehm ich die Laie an. Jaaa! ich bin in der zone also ich schreibe die kommentare ob ihr bei mir vorbei gerne sieht oder nicht würde mich gerne bei einer positiven bewertung freuen eigentlich dachte ich das aber die spiel mit einer jungen aufstellung ich werde meiner stamm elf gewinnt 2 0 wie arsene wenger da aussieht arsene wenger wie sieht der da aus als ob er jemanden schlagen will wieder jetzt auf einmal guckt mannschaft so guckt der vielleicht nicht 0 0 finde ich auch eigentlich respekt an lebakusen was war ich da eigentlich ja schreibt in die kommentare ob trotzangebot für brille mbolo also ich würde das nicht annehmen weil ich habe wenn ich mal begraubbar bei ihm war habe ich ihn für ihn direkt 25 millionen oder so bezahlt dann hatte ich ihn irgendwie lächerlich ich habe deutschland abgegrast den habe ich verliehen und den möchte ich für 12 million verkaufen mein letztes angebot das ist mein letztes angebot ich gebe dir 14 15 mein letztes angebot dann lehne ich ab du sagst mein letztes angebot mein letztes angebot aufzulabern falsche aufstellung wo aber 3 1 gewonnen piazza piazza und amine harit ich frage mich warum schalke in den letzten paar monaten richtig gute talente ergattert hat aber da kann der tat agat hat hat ja wie konnte schalke solche stars ergattern das fragte jeder mensch aber ich gucke noch mal ist piazza zu uns verlieren das ist das wäre richtig blöd mhm ich sah da gerade ein spiel da perlina schalke nein ja ok für die saison ruhig in stamm so was die kommende partie angeht und du kannst normalerweise nicht spielen aber egal gegen milan ich hoffe wir gewinnen 21 kali jury batz 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 bait cap fly 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 dieses spiel müssen wir spielen aber wie viele wir haben gerade sechs millionen läuft auf jeden fall so die müssen wir spielen und los geht's mit schalke los geht's mit schalke 04 04 ha 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 so wir gehen mal ins spiel zack zack ich hab auch treffert sind wir in der reise nach england wow ich hab noch nie mit schalke spielt mein erstes mal mit schalke erster eindruck wo keine schlechte flanke das erste mal mit schalke spielen oh mein gott also im oltre fort auch zu spielen also für mich ist es ja auch so schalke ist ja natürlich es ist der 25 spieltag ist gerade vorbei es ist schon so als ob schalke vizemeister wäre mit nur einem anderen trainer also ich würde auch sagen ja die müssten einfach wow also ich denke auch schalke muss in die champions league ob es in die qualifikation oder champions league ist sie müssen einfach in die champions league wenn die so einen guten trainer haben dominico tedesco das war locker schalke das war locker schalke ist bester trainer vor den letzten paar jahren na also das ist locker der beste trainer nach den paar jahren als schalke nochmal oben war und da ist das 1 und da ist das 1 und hier werden die natürlich die champions league oder halt da ist es auch schwierig mit schalke in der championship zu sein weil es gibt ja der politische Bayern die möchten ja auch in der championship sein es ist european european international cup ja 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 ich stelle mich so dumm an so zack zack einfach nach oben spielen Conor Prijanka und da habt ihr das Tor von Conor Prijanka gesehen gegen Leipzig das war direkt am ersten Spieltag da macht er da so gut einfach den Ball schießen einfach schießen einfach denken schießen um da vor ich dachte gerade Kali 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 oder Kali lında nehme aber ist egal so abu bakar wir führen schon nach nicht mal 20 minuten das war das gemacht ferreira pereira feles pereira abu bakar ok wir passen ja nee jetzt pass ich noch nicht aber das war auch doof von der blianca man da war doch der dings frei ich habe in diesem moment auf dings also was macht man da was hat abu bakar gerade gemacht ein kleines abseits irgendwie ist es komisch mit schalke zu spielen anstatt mit einer anderen mannschaft mit der brust wow kelly juli irgendwann muss ich mal schnell spielen irgendwann so schön gespielt aber ich sollte schnell spielen zack so erler brahimi abu bakar abu bakar abu bakar das war gut mit nochmal 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 dahin und nochmal dahin und nochmal dahin schnell gespielt ich wollte gerade sagen 2 0 super bock die machen auch super box also wisst ihr was im bock ist ein bock ist ja zum beispiel wenn du einen fehler machst dann nennt man auch du hast einen riesen bock gemacht super bock super bock oder war Wow. Oh, was? Ralf Fährmann, unser König. Ralf Fährmann. Irgendwann im Leben muss man schneller spielen. Irgendwann im Leben kannst du auch mal Tore schießen. Irgendwann, irgendwann. Oder bist du ein Vorbereiter? Ah, zack, zack. Schön gespielt, zack. Wunderschön. Nach hinten. Bö, ich dachte gerade, wenn er hier jetzt ein Eigentor macht, ist er der größte, das war dann ein, der größte Bock. Pereira. Corona. Marega, was macht Naldo da? Wein. Boah. Letzte Sekunde, bevor er noch geschossen hat. Marega, was soll ich mit dir machen, oh Chip da? Dich verkaufen? Oder soll ich dich noch ein bisschen fein behalten? Und den Ball wegleeren? Einmal warten, bis jemand geht. Max Meier macht sich da schön breit. Und wie du, Burgstaller, hätte das fein und erzielen können, ist aber nicht gelungen. Lungen. Lungen. Das wär normalerweise, das war 0 für S04. Aber das bringt nichts. Abu, Waka oder Brahiwi gleich aus. Und es ist Halbzeit, es ist, es ist Halbzeit, das ist sowas von hetzend. So, eigentlich ist es nicht schlecht mit Schalke zu spielen, als 0 für Schalke. Und wir gehen in die zweite Halbzeit. Alex Tbrar Alest видео, Alex Tbrar Alest. Yeah, Madrinha, Spieler, Marika, ... Fabr objectively. alles klar super grecia irgendwie nicht gut gemacht und wer bestätigt das rome luca manchester united wechseln ralph schermann das ist doch echt versteht ihr den witz daran das ist doch echt das ist doch nicht ja mann versteht er nicht das ist doch nicht wenn man zusammen das ist doch nicht das ist voll der geile Witz bei ihnen der Wien die streiten sich einfach und auf einmal kommt der Ball was soll ich jetzt machen weiter streiten typisch prilambolo ah gracias mann so ich muss irgendwie den Ball kriegen Max Meier Max Meier einfach mal drauf einfach mal drauf schießen Konoplajanka raus Piaccia Kali Kali Ball zack jetzt wird mal ein bisschen getrickst hier oder drauf geschossen dann ja okay ich schätze mal gleich wird hier rum getrickst und so wenn die dann die 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 dann Abubakka! Was macht der da? Naldo! Naldo! Es ist doch echt lächerlich! Was für du, was für ne Arbeit du machst! Yala! Was für ein schlechter Schuss! Alles klar! So! Irgendwie ist es auch kein Klären! Aber was für ein Kopfball! Wow! Ich hätte jetzt gerne Amina Harit, aber egal! Hä? Rahimi! Soares! Soares! Sabubakka 1-1! So lächerlich! So lächerlich! Kann doch nie wahr sein! Schalke müsste gewinnen! Schau mal wie doof, äh, Ding spielt! Porto! Warte echt! Äh, ich bin jetzt nicht unzufrieden! Obwohl ich das sein müsste! Weil nur Ralf Fährmann an den Bällen kommt! Das ist doch nicht Fährmann! Das ist doch nicht Fährmann! Ist doch nicht Fährmann! Ich habe gerade nicht aufgepasst! Ich wechsle gerade alles durch, denke ich! Ah, Amina Harit hat blonde Haare! Geil! Geh mal zum Fotoshooting mit den blonden Haaren! Leo Goretzka! Leo Goretzka! Leo Goretzka! 76. Minute! Leo Goretzka! 2-1 Schalke! Nächster Weg sind Benthaler, Brian! Femry Chaa! Guck mal seine blonden Haaren! Die sehen richtig fresh aus! Er hat ja früher solche braunen Haaren! Auf einmal färbt er sie blond! Alles klar! Hör ihn! Hä? Brrr! Brrr, Brian! Was war das denn? Alles klar. Piaccia. Es ist einfach nur Piaccia. 2 zu 1. Wir gucken mal, ob wir alles wirklich gewechselt haben. Alles gewechselt. Oh mein Gott. Die auswächsende Bank, da ist keiner. Alles nach Hause gegangen. Ich will nach Hause. Du bist doch schon zu Hause. Nein. Als der war mir vorher, jemand sagt, ich gehe jetzt nach Hause. Ich habe keinen Bock, hier auf der Bank zu sitzen. Einfach nur lächerlich, wie ich gucke. Was macht Totschipka da? Riesenbock von Bastiano. Oh, tschipka. Oh, tschipka. 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 Kann noch nicht wahr sein, dass er den Ball reinmacht. Junge Amina Harit. Richtig fresh. Ach, immer dieser Brillen, immer dieser Brillen im Bolo. Der kann nicht rennen. Arrr. Der kann so an. Hoi, hoi. So wie eine alte Oma. Eins, zwei, drei. Der kann doch nicht sein, dass... Und das geht ja gar nicht. Das geht doch gar nicht. Das geht gar nicht. Gar nicht. Gar nicht. Gar nicht. Gar nicht. Weg mit dem Ball. Ich habe 100 Drohnen. Ich habe 100 Drohnen. Alessandro Schöpf. Zurück. Zack. Amina Harit. Amina Harit. 3-1. Last Minute Treffer von Amina Harit. Die... Die Bronken Harit. Ja, der Tunnel. Der Tunnel nochmal. Richtig fresh. Nice. 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 So, wir gewinnen einen Pokal. Den ersten Pokal, den wir sichern können. Nee, 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 nee. Na, 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 na. Geh dir. Schon wieder 9 Millionen. Wolfsburg kann aber ein bisschen mehr drauflegen. Das weiß jeder, Mann. Die Dampfstadt ist ein bester Mann. Die Dampfstadt ist ein bester Mann. Fresh und nice. Nice. Ich weiß, dass Wolfsburg so viel Geld hat. Nein. Ihr wisst das ganz genau, dass ihr dieses Angebot akzeptieren könnt. Der gibt nur 7.000 Euro mehr. Ja. Leute, der muss nur 2 Millionen drauflegen. Und darum meckert er. Sie müssen echt viel üben. Ja. training wann ist das nächste spiel mein meine güte das dauert ja ich gehe mal hierhin drang 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 swalalala drang swalalala bang 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 ich guck jetzt leipzig wollte den haben nasenpack deswegen dauert das gerade so lange weil ich alles mit der nase bewegen und ich bewege ich gerade alles mit der nase wünschen dabei will den haben ablehnen ablenen ablenen Vielen Dank. Ja, 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 legal. Alle Bormos. Den, den, den. Die ganze Zeit auf die falsche Tast. Leute, ich bewege alles mit der Nase. Äh, also diese Sticks. Und, den, äh, also diese drückbaren Sachen. Und dann den Stick. So, alles mit der Nase. Ups. So, weiter. Verkauft. Das ist schon Musik in meiner Maul. In meinen Ohren. Auswärts gegen Leipzig, Leute. Ich bedanke mich für's Zusehen. Abonniert meinen Kanal. Abonniert Killarage Game TV. Abonniert Nero Gaming. Abonniert Zeit Gaming. Das war's mit meinem Video. Ciao. Ciao.